Ein herzliches Willkommen in unserem wunderschönen Landhausrestaurant Hexensitz in der Hinterbrühl, wo wir Sie sehr gerne mit hochqualitativer Landhausküche verwöhnen möchten. Der Hexensitz ist nahe der Großstadt Wien und doch schon mitten im Grüngürtel des Wiener Waldes gelegen. Das gediegen gemütlich eingerichtete Lokal in der Johannisstraße 35 bietet 90 Personen Platz und verfügt über Raucher- und Nichtraucherzonen sowie zwei schöne Gartenterrassen mit Kastanienbäumen. Eine davon ist mit einem Gasdach wettersicher überdeckt, die zweite ist durch zwei Großschirme geschützt. Sollte Ihnen auf der Terrasse kalt werden, haben wir natürlich mit schönen Decken vorgesorgt. Unsere Gäste wählen aus einer ideenreich und mit viel Liebe gestalteten Speisekarte aus. Unser motiviertes Serviceteam ist für die reichhaltigen, dazupassenden Empfehlungen aus unserer umfangreichen Weinkarte bekannt. In der Küche werden alle Gerichte stets nur aus frischen Produkten von Lieferanten und Bauern aus der Umgebung zubereitet. Und unsere Gäste genießen diese frische sehr. Auch für größere Veranstaltungen wie Hochzeiten, Firmenjubiläen und Pressekonferenzen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierfür an mich. Ich berate Sie gerne, auch bei der Vermittlung von Servicepartnern, wie zum Beispiel Hochzeits-Ultarmen. Sollte übrigens Ihr Lieblingsgericht auf unserer Speisekarte fehlen, dann teilen Sie uns doch das bitte mit. Unser Küchenteam wird für Sie bei rechtzeitiger Bestellung Ihre Lieblingsspeise gerne zubereiten. Gerne können Sie jetzt Ihren Tisch auf der Homepage des Hexensitzes reservieren. Und wir beide freuen uns, Sie schon sehr bald im Hexensitz begrüßen zu können, um Sie zu verwöhnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017